Das Saturn-Hexagon ist eines der faszinierendsten und rätselhaftesten Merkmale des Planeten Saturn. Es handelt sich um ein großes, sechseckiges Wolkenmuster, das sich um den Nordpol des Planeten bewegt. Hier sind einige interessante Details. Entdeckung. Das Hexagon wurde erstmals während der Voyager-Missionen in den Jahren 1980 und 1981 entdeckt. Später wurde es von der Cassini-Mission zwischen 2004 und 2017 detailliert. Untersucht eins. Größe. Die Seiten des Hexagons sind etwa 14.500 Kilometer lang, was ungefähr 2.000 bis 1.000 Kilometer länger ist als der Durchmesser der Erde. Das Hexagon ist etwa 29.000 bis 1.000 Kilometer breit und etwa 300 Kilometer mehr hoch. Farbwechsel. Zwischen 2012 und 2016 hat sich die Farbe des Hexagons von einer überwiegend blauen zu einer eher gelb-bräunlichen Färbung verändert. Dies könnte durch die zunehmende Sonneneinstrahlung während der Saturn-Saison verursacht worden sein. Rotation. Das Hexagon rotiert mit einer Periode von 10 Stunden, 39 Minuten und 24 Sekunden, was der gleichen Periode entspricht wie die Radiostrahlung aus dem Inneren des Saturns. Winds. Die Wolken im Hexagon bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 320 Kilometer. Hypothese zur Entstehung. Eine Hypothese, die an der Universität Oxford entwickelt wurde, vermutet, dass das Hexagon dort entsteht, wo es einen steilen Gradienten in der Windgeschwindigkeit in der Saturn-Atmosphäre gibt. Ähnliche Formen wurden in Laborexperimenten erzeugt, in dem ein zylindrischer Behälter mit Flüssigkeit an unterschiedlichen Geschwindigkeiten gedreht wurde. Das Saturn-Hexagon bleibt ein faszinierendes Thema für Wissenschaftler und enthält immer noch viele Geheimnisse, die erforscht werden müssen. Das war's mal wieder für heute. Sie möchten meinen Kanal unterstützen? Lasst mir dann gerne ein Like da. Gerne auch ein Abo und Glöckchen nicht vergessen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich, euch bald wieder zu sehen.